Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Wahlgroup. Das hier ist der neue vollelektrische Ford Explorer und hier kommen die wichtigsten Fakten dazu. Fakt Nummer 1. Den neuen vollelektrischen Explorer gibt es in zwei verschiedenen Ausstattungsvarianten mit zwei verschiedenen Elektromotoren mit bis zu 340 PS. Fakt Nummer 2 ist das Highlight hier im Innenraum und das ist das 14,6 Zoll große Display, über das sich fast alles steuern lässt. Und zudem gibt es hier einen Knopf, mit dem es sich verstellen lässt und damit enthüllt sich hier ein Fach, was perfekt ist für eure Wertgegenstände. Bei Fakt Nummer 3 kommen wir nun zu Ladekapazität und Reichweite. Der neue Explorer hat eine Reichweite von bis zu 602 km und eine maximale Ladeleistung von 185 kW, mit der ihr innerhalb von 10 Minuten bis zu 192 km nachladen könnt. Und Fakt Nummer 4 ist die wirklich gute Ausstattung hier im Explorer, denn wir haben Massagesitze sowie auch Sitzheizung und Lenkradheizung. Wir haben ein Head-Up-Display, diverse Fahrassistenzsysteme und sogar eine 360-Grad-Kamera. Also bleiben keine Wünsche offen. Fakt Nummer 5. Der Preis. Den neuen vollelektrischen Explorer bekommt ihr bei uns ab 48.500 Euro. Für ein individuelles Angebot oder eine Probefahrt könnt ihr euch gerne bei uns melden. Wir freuen uns wie immer auf euren Besuch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017